Willkommen zurück zu Donkey Kong Country! Wie schön! Sehr nett. Ja, wir sind beim bombigen Bootstätte heute. Wir bis im letzten Part schon versucht sind, aber Game Over. Der ist schon mies, aber gut. Wir machen einfach mal weiter. Also versuchen wir es erneut. Scheiß! Ne, das regnet jetzt auf das! Ne, ich spreche jetzt bei mir in die Bombe, ey! Kein Bock mehr! Ah, toll! Und schon ist die, die weg! Das ist doch richtig! Na, das hat ja klappt! Oh, geregt! Äh, geregt jetzt! Oh, geregt! Äh, geregt jetzt! Eh, ich frau mich, wenn man da rüberkommt! Oh, geregt jetzt! Mega flüssig, kalt halt! Ja, jetzt geht das erste Mal hier da oben, ne? Du solltest das Ding nehmen, Junge! Oh! Ich, ich check den Bosse irgendwie nicht! Oh! 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 Mhm! Aber jetzt geht er hoch! Oder eine Vorprogramme! Also habe ich das alles geplant! Egal! Nein! Epic! Ach, ich kann mich in die Löcher verkriegen... Idiot! Deswegen haben wir jetzt nicht geklappt, ich kann Okay, das war jetzt der Weg Hier, kriege ich hier noch eine? Nein! Abhauen, abhauen Abhauen, abhauen Okay, Didi ist schon mal weg Ach du Kacke Alter! Ey komm, das ist ja richtig Kacke der Typ Oh Mann, das Spiel, das fordert mich echt Also es ist jetzt schon sehr schwer geworden, ne? Also leicht ist das nicht, ne? Oh Ich bin mal her, das ist schon mal Ich bin mal her, das ist schon mal Ich kann jetzt auch vollen Trug gehen. Alter, what the hell? Zeig müde, Decker. Okay. Also noch nie mit mir ja, was ich... ...schon irgendwie, ja. Tonfinde. Okay, jetzt macht er erstes Modus. Jetzt wirft er die Dinger ein. Die sind so unfair. Ups, das war doch. Ach, du weine Güte. So, nein. Oh, was für ein Pisskopf. Und ich vergesse mal, ich sollte ihn vielleicht am Anfang nicht holen. Ja, so geht's auch. Ich hab null Einung von eben hier. Na, lass uns ja noch kurz rum losgehen. So. Oh. Oh. Und tschüss. Und tschüss. So. Die gehen sofort hoch. Die nicht. Obwohl. Scheinbar schon. Ah, die die ist weg. Toll. Okay, jetzt macht er sein Dings. Ach du meine Kacke. Das regt mich ab, ey. Yes. Yes. Ist er tot? Ist er tot? Nein. Nein, komm. Ich bin zu doof für sowas, ey. Einmal oder nullmal, ne? Eintreffung. Yes. Yes. Abgemuchst. Oh, die kann man nur. Wenn man jetzt was nicht geschafft hat. Klappe schien. Klappe. Warte, wenn ich da unbedingt das Bild gesehen habe, auch nicht. Okay, das sagst du jetzt nicht. Klappe. 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 Wäre mal aus, wenn das so ne Welt mäßig wäre, aber ich hab da auch so. Alter, wie da angebrockt. Es wäre mal aus, also, ich würde mich freuen, wenn das jetzt. No. Aber sie kommt nicht so aus, aber. Okay. Also ein Kompensal kann ich eigentlich nicht sein, aber sicher, sicher. Ich weiß nicht. Ach krass, die Pusen. Hier gibt es etwas. Oh! Oh, jetzt. Oh, weiter gehts. Na ja, also... ...so ganz so aussehen, als würden wir jetzt noch irgendwie auf Schienen kommen. Na, da kann ja alles doch gar nicht. Ich muss mir ja auch nichts sagen. Gut, ich glaube, ich weiß, warum es sich in dieser Welt handeln wird. Oh, Spatenschein. Jetzt geht's aber los. Ah, okay, das war offensichtlich. Oh, ich weiß nicht. Hey, wir kriegen heute Pusenthal. Oh, das ist okay. Das ist Eifertöse. Oh mein Gott, so viel hoch. Oh, warte geht's auf der Lohre. Ich weiß nicht. Ah! Okay, ich glaube, ich sollte im nächsten Part weiter machen. Bis dahin. Und ciao. Ciao.